Wir haben die Änderungen vorgenommen. Ich denke, Sie werden zufrieden sein. Danke Ihnen. Rutschen Sie bitte ein Stück. Rutschen Sie bitte ein Stück. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was es ihm bedeutet, dass Sie hier bei ihm sind. Nachdem seine Frau starb, hat er zwei Jahre kaum gesprochen. Geschweige denn Konzerte gegeben. Oder nur ein Klavier angesehen. Also gehen Sie und spielen, Henry. Spielen Sie für Sie. Ich werde zuhören. Und ich werde für dich spielen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!